Der Spiritus Rector dieses Abends ist der Erfinder und derjenige, der gleichzeitig auch die große Partie dieses Abends heute Abend mit einem Führer an nicht nachlassender Energie gestaltet hat. Ein wahres Energiebündel für uns heute auf der Bühne und ich frage mich schon, wie man nach einer so anstrengenden Fechtszene noch 20 Minuten einen Schluss so dermaßen überzeugend hinnehmen kann. Chapeau, großes Kompliment an die Kunden. Chapeau, großes Kompliment an die Kunden. Chapeau, großes Rector. Chapeau, großes Kompliment an die Kunden. Chapeau, großes Kompliment an die Kunden, die Province. Untertitelung des ZDF, 2020